Wir haben uns schon den einfachen Wirtschaftskreislauf angeschaut. Leider gibt es nicht nur Unternehmen und Haushalte. Deshalb schauen wir uns jetzt den erweiterten Wirtschaftskreislauf an. Die Güter gehen natürlich nicht immer vom Produzenten direkt zum Konsumenten. Das geschieht über weitere Vertriebskanäle. Wir schauen uns im erweiterten Wirtschaftskreislauf lediglich die Geldströme an. Beim erweiterten Wirtschaftskreislauf kommen noch die Bank und der Staat hinzu. Fangen wir ganz einfach an. Die privaten Haushalte bezahlen den Unternehmen die Konsumausgaben. Diese wiederum bezahlen die Produktionsfaktoren. So weit, so gut. Das erhaltene Geld wird nicht immer sofort ausgegeben. Deshalb legen die privaten Haushalte ihr Geld auf die Bank. Die Haushalte erhalten dafür Zinsen, auch wenn diese oftmals nicht sehr hoch sind. Der Privathaushalt kann ebenfalls jederzeit Geld von der Bank beziehen. Die Banken verleihen das Geld an Unternehmen, welche durch Zinszahlungen und späteren Rückzahlungen das Geld an die Banken zurückgeben. Somit hätten wir die Verbindung zwischen den Haushalten, der Unternehmung und der Banken geklärt. Jetzt haben wir noch den Staat. Etwas, das wir bestimmt alle wissen, ist, dass der Staat Steuern verlangt. Das sowohl von den Haushalten, als auch von den Unternehmungen. Was macht der Staat nun mit diesem Geld? Er bezahlt die Löhne der beim Staat angestellten Mitarbeitern und die Sozialleistungen für beispielsweise Rentner. Der Staat hat aber auch Ausgaben an Unternehmen. Er erteilt Aufträge, Subventionen und hat ebenfalls Ausgaben für den staatlichen Konsum. Wir haben uns jetzt fast alle Verbindungen angeschaut. Es fehlen nur noch zwei. Nämlich zwischen Staat und Banken. Die Staatsausgaben sind oftmals sehr hoch, weshalb dieser bei den Banken einen Kredit in Anspruch nimmt und denen Zinsen zurückbezahlt. Wenn ihr das alles verstanden habt und ihr euch interessiert, welche zusätzlichen Verbindungen entstehen, wenn das Ausland hinzugezogen wird, dann schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an. und dann schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an.